Ja, moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Heute steht Borussia Mönchengladbach an und ja. Wir müssen nochmal nicht ins Teammanagement, sondern in die Spieleinstellung. Profi ist an, gesagt. Und Gladbach spielt 4-4-2, okay. So, ich will mal irgendwie ein bisschen rum experimentieren, wie ich vielleicht beim Spielen besser sitzen kann. So ist halt der Controller direkt unter dem Mikrofon und die Geräusche gehen. Ah, ich hab's nicht drauf. Die Geräusche davon gehen natürlich direkt hier rein, aber mit ein bisschen Glück geht das schon. So, also. Borussia Mönchengladbach empfängt Ter Stegen wieder. Ja, und das bedeutet, deren Ex-Keeper, aber wir haben ja sehr viel eingekauft. Nicht nur aus Deutschland, sondern eigentlich eher aus der ganzen Welt. Das wurde ja schon angekreidet. So, ich probier jetzt ein bisschen mal, mehr herumzudribbeln. Und, äh, sowas zu vermeiden hier. Oh, da hab ich ihn gut angetackelt. So, okay. Ilya. Ah, da komm ich nicht zum Schuss. Da haben wir's wieder. Aber diesmal ist es nicht ganz so schwierig, nicht ganz so schlimm. Weil auf Profi sind die Gegner ein bisschen passiver. Passiver. So, hier rum. Und nochmal zurück. Äh. Nein. Wieso hat er ihn da nach vorne geschickt? Das war erstens X und zweitens hab ich noch zur anderen Seite gedrückt. Oh, 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 oh. Meine Güte. Deo Lefeo. Deo Lefeo. So, Deo Lefeo. Ähm, ich hab versucht mir das mal auf YouTube anzuschauen, wie man diesen jungen Mann ausspricht. Äh, er tut es selbst. Aber es ist, äh, extrem schwierig, das herauszuhören, wenn man es nicht gewohnt ist, jeden Tag Spanisch zu sprechen. Deo Lefeo. Ähm. Der Name ist auch nicht so ganz, äh, typisch für, äh, unsere gerade Region, äh, Deutschland. Oh, Glück. Oh, Glück. Ja, 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 ja. Pam. Genau so. Genau so, Mann. Genau so. Das klappt immer richtig gut. Das hab ich schon öfters fest... Öfters. Mann. Öfter festgestellt. Ich lauf ein bisschen nach außen. Die Spieler kommen mit rein. Ich halte an. Zieh wieder nach... Genau. Jetzt hier Richtung Mittelpunkt. Versuch den abzuziehen. Das war schon ganz, ganz, ganz knapp. Aber dann landet das Ding oft drin. Das ist eine, eine sehr gute Abschlussmöglichkeit. Aber die natürlich nicht immer klappt. Also, immer davon abhängig. Auf welchen Schwierigkeitsgrad und gegen wen und wie man spielt. da... Ja, wie gesagt, der Sprung zwischen Profi und Weltklasse ist immer wieder so krass. Und das ist mein hauptsächliches Thema in diesem Let's Play, wie es so aussieht zwischen Profi und Weltklasse. Nein, das möchte ich natürlich nicht. Was mich interessieren würde, ihr könnt mir ruhig, oder was ich gerne hätte, ihr könnt mir ruhig Themen vorschlagen, worüber ich mich eventuell alle paar Folgen schlau machen soll. Und irgendwas recherchieren oder so aus der Welt des Fußballs. Also ihr dürft mir Fragen stellen, ihr dürft mir Vorschläge machen, was ich mir ansehen soll vielleicht und eine Meinung irgendwie bilden. Einfach Fragen, Vorschläge für Themen, das könnt ihr mir gerne in diesem Let's Play auch machen, gerne. Irgendwas. Und ich greife immer wieder mal dann aus euren Vorschlägen was heraus und versuche darüber ein wenig zu reden während des Let's Plays. Also so eine Art Twitter-Livestream sozusagen, wie das Gronkh macht. Nur ohne Twitter und ohne Gronkh. Falls ihr das versteht. Also ihr schreibt mir einfach irgendwelche Themen in die Kommentare und dann, ja, zum Beispiel, was denkst du, wer wird Herbstmeister? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Bayern München, sag ich mal, wird Herbstmeister. Bin ich auch ganz stark davon überzeugt, dass Bayern Herbstmeister wird. Müsste, der wievielte Spieltag ist denn jetzt gerade eigentlich? Ähm. Ich meine, nee. Ich kann das echt nicht sagen, gerade der wievielte Spieltag ist. Ah. Müsste ich theoretisch mal gleich kurz nachschauen. Also ihr merkt, das sieht ja schon ein bisschen anders aus, wie ich durch den Gegner durchkomme. Ich habe das Gefühl, Weltklasse ist echt ziemlich stark, aber so haben wir das nicht, dass ich die ganze Zeit immer jedes Spiel 5-0 gewinne oder so. Sondern so ein bisschen Abwechslung drin ist, dass ich, äh, mich mal eine Folge aufregen kann. Eine Folge, die ihr nicht anschauen braucht, zum Beispiel. Ah. Abseits. Ja. Wenn ich hier lenke mit dem linken Stick, komme ich immer irgendwie auf, ähm, auf den Analog. Knickdingsbums. So, jetzt stehen wir auf Konter. Ja. Okay, also das ist hier schon ein Tick schwieriger, ähm, bei FIFA. Bei PS würde man ein bisschen besser sich durchdribbeln können. Ich bin ja stark PS gewohnt. Und drin ist das Ding. Ich werde bekloppt. Benzia schießt das Tor aus. 42 Metern. Äh, in der 42. Minute. 42 Meter. Ei, 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 ei. Der Keeper. Verschätzt sich da. Ich dachte auch, der geht raus. Oh Mann. 3 zu 0 in der ersten Halbzeit. Ja. So sieht das aus. Ja, die laufen nicht immer weiter. Ah, schlechter Pass von mir. Kriegen wir noch ein schönes Türchen hin? Mit einem schönen 3 zu 0 hier in die zweite Halbzeit zu gehen. So, das ist jetzt irgendwie keine Herausforderung, wa? Und zack, verlieren wir das Spiel. 4 zu 3. Ei, ei, ei. Deo, lo feo. Deo, lo feo. Ich kann's echt nicht aussprechen. Ich bin kein Espanier. Haben wir spanische Zuschauer unter uns? Oder jemand, der die spanische Sprache fließend spricht? Vermutlich nicht. Sonst hättet ihr es ja vermutlich schon gesagt, wie der Name auszusprechen ist. De lo feo wurde mir vorgeschlagen. Aber so ganz überzeugt war ich davon nicht. Ähm. Ah. Also ich hab ihn auch schon gehört eben, wie ich das sagte in einem Interview. Er spielt ja bei Barcelona. Eigentlich, ähm, sehr talentiert der Spieler. Nicht nur eigentlich, sondern auch, äh, wirklich. Ich find ihn ziemlich gut. Äh. Wo's? Ja, wer hat's erfunden? Wer hat da aufgepasst? Haha. Wenn ich da nicht gestanden hätte, glaub ich wäre das Ding drin gewesen. Oh, oh, oh. Schalalala. Ja, ich bin echt gespannt, ob und was ihr mich fragen werdet. Äh, zum Beispiel, glaubst du, dass, ähm, also schon gerne über Fußball, ne? Darauf wollte ich mich beschränken. Dass, äh, Hoffenheim absteigt. Ja, mit Werder, äh, mit Wiese zusammen. Da haben sie sich gegenseitig behindert. Oh, da ist die Lücke. Ich versteh nicht, wieso wir immer zwischendurch den Keeper sehen. Äh, wie sieht's eigentlich jetzt hier gerade aus? Kann ich mal wieder einwechseln? Ein bisschen Zeit haben wir noch eigentlich. jeder sind der gute hier hat warst du 23 auch nicht schlecht leukemia ok jenuzovic jenuzovic jo machen wir ups und weiter geht's sehr schön so kann es immer gehen in welchen spiel ich jetzt gerade spielt ihr denn so weiß ja nicht ob ihr das mitkriegt dass ich hier eine fragestelle zwischendurch also vermutlich spielt ihr sie würde auch sagen die meisten spielen profi oder weltklasse könnt ihr mal gerne reinschreiben das war knapp das hätte ich ihn noch mehr im lauf mitgenommen vielleicht drücke ich ja auch zu viel und den zweiten spieler anfordern shit ich habe da probiert reinzuschlenzen da fehlt mir das geht mir ist da muss ich sicherer werden irgendwie ja die muss man auch fangen zum schöner fernschuss zeitspieler wird ja ist 30 supi schön weggetippt mit der fußbitte so weiter und nee da stellte sich dahinter oder ich weiß es nicht da wollte ich nicht flanken sondern ich wollte den schön flach rein spielen alles habe ich schon aufprobiert und es funktioniert irgendwie nicht aber auch wegen kriegen ja ja okay team management schnell noch einen auswechseln Gucken wir mal ein paar Allereien für dich und vielleicht noch mal in der Verteidigung Spiel fortsetzen, so, super, zerstegen, fünftes Ligaspiel ohne Gegentor Jetzt habe ich es erst gelesen, aha, okay Das klingt eigentlich vernünftig, oder? So, hol ihn dir, jo Darf ich den Pass nicht weggekriegt? Elia Ja, da kommen sie von drei Seiten Mann, Mist 79. Minute Ja, Augsburg ist jetzt nicht der große starke Gegner, gegen die man verlieren könnte, gewinnen sollte aber Wups Wuppen Gangnam Style Gangnam Yeah Schön abgewehrt Super gemacht Und jetzt Go, go, go Gut gelesen Hätte ich da hochspielen müssen? Hm, vermutlich Ihr könnt ja einfach mal ja schreiben in die Kommentare, oder nein Oder ihr schreibt, äh, am besten ganz anders, oder hör auf mit dem Spielen Ey Junge, hör auf mit dem Spielen, du hast keine Ahnung Ach was, Schiedsrichter Arango Ich finde das, äh, Gladbach-Trikot eigentlich auch ganz schick So von hinten sieht es sehr, sehr schön aus Also ich, mir gefällt der Stil Oh, der sieht verletzt aus So von der Farbe Weiß-Grün Finde ich sehr schön Grüne Schrift Benzier Ja, es war abseits Ich wollte auch nicht ihn anspielen Sondern Aber er ist jetzt stehen geblieben In der Mitte, der Der, der nicht im Abseits war Der einzige von allen, der nicht im Abseits war Aber er ist natürlich stehen geblieben Wop, 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 woppa Un, dos, tres Te, dan, de, lehne, de, lehne, de, lehne, Maria Oh, kein Problem Hopp Äh? Also das wäre ein ganz krasser Fehlpass, oder? Also bei FIFA bin ich mit den Pässen absolut unzufrieden Benzier Ja, man of the match Das freut ihn sicherlich sehr Der Stegen, der Abtrünnige Ja, wie immer In dieser frühen Liga-Begegnung Besiegte Da ist eben gegen Gladbach gespielt Ich war eben gerade bei Augsburg Aber das war das letzte Spiel, ne? Okay Äh, ja Trainer, ich bin nicht einer der Topspiele hier Aber ich denke, ich habe mehr Einsätze verdient Ja Die Bräune denke, dass ich spielen durfte Ja Wolfplan, Werder, Bremen, Abflug Oh, oh, oh Deutscher Pokal Freiburg gegen Bremen Und, ähm Ich denke Damit wir nicht gleich da rausfliegen am Anfang Äh, gucken wir mal kurz ins Trainerbüro Was sind denn die Trainerziele? Da sind wir schon weit drüber Sehr gut Nationaler Pokal Viertelfinale erreichen Äh, ich sag Nächstes Spiel ist auch nochmal im Äh, in Auf Profi Ja, okay Bis denne Macht's gut Tschüssikowski